hallo und herzlich willkommen hier in zweiter folge hier bei cat and cops ja immer noch bei der mission szenario tierversorgung ich fahr halt noch mal raus ja genau die bunte versorgt normalerweise c dann noch kurz reingehen wir haben jetzt so 1 2 3 also 5 5 hat genau die 3 auch 4 und 2 die 1 musste die man aber 3 und 2 und die 4 was ich auch nicht machen soll ein bisschen gefragt ich habe wissen wir drinnen noch dran lüter und sollen die noch alle quad kriegen und da muss der hänger leer sein das kann sein möglich ist es gebe ich halt den anderen themen was die nicht da sind dann gehen wir an den zweiten tier noch was aber gerade mal einen liter wenn es mir etwas überfragt wie es weitergehen soll schalt mal ein er mischt die brühe wahrscheinlich so programmiert ja ja Untertitelung. BR 2018 Anschalten Kann man ehrlich verdacht, dass wir es auskippen sollen? Das ist leer, ne? Gute Anhänger ist leer, da muss ich zudem schauen. Bruder, wir müssen drüben nochmal rausfahren, da so ein Punkt ist. Ja, anscheinend nicht. Ich bin etwas überfragt. Aber nur alle versorgt? Bloß eine leere Box, vielleicht ist das verkehrt. Dass ich eine Box so viel gemacht habe. Ja. Nochmal aufladen. Ja, wir haben nichts drin, ne? Na gut, war nochmal voll. Irgendwann hier aus. Ja, aber es gibt so ein schöner Futterbeschwagen, der hier alleine aufladen kann, ne? Was herrlich ist, ne? Das war nochmal hier so stehen. So. Dann haben wir was ein. Macht ja so Spaß. So. Dann nochmal. Denn. wir müssen gefragt jetzt also 2 3 und 4 und 5 kann er hier normalerweise also wieder nicht in rechts war gewesen rechts war links geht auch allerdings nicht gewollt rechts rechte maustaste noch mal schnell voll ein bisschen tiefer und nach oben nein nach oben das kann er ja nebenbei fahren mal eine andere destruktive eine erste ladung jetzt haben wir asphalt mal schnell gehen soll wenn man sich jetzt halber mal ein bisschen mehr mitnehmen weil das möchte ich ja vermeiden dass wir jetzt normal fahren müssen im grunde wäre das einfach gar nichts fertig normalerweise weil tiere sind versorgt wahrscheinlich scheiße sich wissen ein mit der liter zahl dass es da zwei drei liter zu wenig sind keine ahnung weiß auch nicht genau ja ich wünsche euch einen schönen freitag und einen schönen start ins wochenende der morgen beginnt ne ich glaube selber dass wir probleme heute wo noch was geschafft habe dachte ich erst nicht aber wie das so ist man hat ja setze ich mal ein ziel und eine möglichkeit wollte ich heute wirklich viel schaffen also ich ziehe ganz gerne vor dass wir das so hinkriege dass ich das mit einem Ripp die Aufnahmen schaffe gut unbedingt aber bis freitag möchte ich gerne die allen folgen fertig haben dass ich samstag vormittag hochladen kann angefangen mit kettle im kopf und und den sonntag die anderen beiden ls folgen also playlist so der wäre voll so losliege er redet immer so komisch so b mischen vielleicht war auch nicht alles gemischt das kann natürlich auch sein ne also ich schließe aber nicht aus doch war ja gemischt war ja bei 7.800 genauso so fahren wir wieder rein gleich mal bei der ersten box beziehungsweise nicht bei der ersten box oder ist er wieder links oder rechts das kann man ja nicht erkennen ist er jetzt für rechts eingestellt oder links das 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 ist rechts ist rechts dann ist es auch gut so gut 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 Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um ah jetzt haben wir fertig gefehlt so liebe schauer da soll es auch feucht gewesen sein da haben wir aber die wohnen gefreut jetzt sind sie für heute versorgt gut damit ist auch die erste afg ist fertig geworden und beginne beende heute mal heutige folge und beginn beim nächsten mal wieder von gar nicht von null aber nächsten aufgabe halten und schön dank fürs reinschauen ja morgen zum samstag geht sie weiter und schön dankeschön